Herzlich Willkommen, ihr verrückten Fabelwesen. Hier ein weiterer Ausschnitt aus unseren Zockerabenden. Abonniert gerne. Nach der Runde muss ich mir mal einen Kaffee holen. Wieso Kaffee? Weil mir Kaffee aus ist. Du trinkst und du hast halt noch Kaffee. Ich denke, du trinkst nur Kaffee oder Bull? Du trinkst nur Kaffee oder Bull? Ja, aber so schaut er auch aus. Er ist ein bisschen jünger als ich. Einen Monat ungefähr, aber sieht aus, als er wird zehn Jahre älter. Er sieht eigentlich aus wie 46. George Cloon. Gucken wir mal, ich habe einen Generator vor der Nasen. Hier. Aber guck mal, ich habe mal eine Spiele vor der Nasen, den Generator. Bin beim Glühölmchen. Und ich höre einen Toten. Wie, die kann man hören. Und tschüss. Kamerze ein bisschen sum sum, dann macht der Masse den Generator. Ja, die wirft da schon auf mich. Wen haben wir denn? Ja, wenn wir mal wollen haben, wenn es wirft. Kaninchen. Den Hasenkiller. Ja, natürlich hat sie mich drauf. Ich lieg. Hasenkiller mit extra guter Axt. Scheiße. Ich höre sie. Und sie kennt mich, sie verfolgt mich. Nein, sie ist sofort weg. Die läuft. Boah, ist wie schnell. Und ich höre sie noch. Ich höre sie noch. Markus, folge mir. Wo bist du? Folge mir. Die ist bei mir. Ihr könnt beruhigt sein. Ja, ich sitze im Schrank. Ich sitze im Schrank. Ich sitze im Schrank. Oh, ich herrschte schon wieder. Ja, für nichts. Die ist bei mir. Ich höre sie auch. Ich höre sie auch. Ich höre sie auch. Du bist du. Oh Mann, was ist da los hier? Ja, mei. Ich hatte einen perfekten Lauf gehabt. Eben, nett. Ja, eben. Es hatte nicht geschmeckt, dass der ein perfekter Lauf war. Nein. Ach komm, die hat mich aber nicht gesehen. Diese blöde Kuh. Soll denn das? Soll denn das? Ich wollte auch. Aber du hast nichts gesagt. Das ist auch noch die dumme Sau. Ich glaube, die hat auch da eben drin. Was hat die drin? Hey, da hinten am Generator. Mach mal her. Ja, ich bin auf dem Weg. Die ist so ein bisschen wieder rum. Was? Einmal. Was? Ja. Ja, gut. Uh, ein lilaner Werkzeugkosten. Ich lasse mich liegen. Das heißt, wir nehmen jetzt gleich einen Haken. Ist sie noch bei dir? Ja. Ätter. Sie ist weg. Sie ist weg. Ich höre sie. Gut, ich komm. Na, Markus ist da ja. Mach Yalla! Ich kann schneller laufen, wenn sie noch will. Ach, da kannst du selber. Ja, nein, aber nicht komplett. Wie, nicht komplett. Oh, sie wirft schon. Warum hier ich kein Herz schlau? Wenn die von quer vor über die ganze Map wirft. Komm her zu mir. Wo bist du denn da? Alter, wenn ich schon euch einscheißt, wenn ich wirft. Ich kann dich nicht heilen. Ätzer. Jetzt sitzt du im Generator. Oh, ich hörsch schon wieder. Sie kommt durchs Feld. Sie lacht aber weiter. Scheiße. Da ist ein Generator. Hier, hier, hier. Ja, ich komm schon. Sie ist bei uns. Ach, ja. Ich hasse den Scheiß. Leertasten, Dreck. Wir haben erst vier Generatoren, willst du mich verarschen? Wir haben erst einen Generator, wolltest du sagen. Ja, ich meine, offen und noch übrig. Ach so. Folge mir, folge mir, folge mir, folge mir, folge mir, folge mir, folge mir. Ah, da drin, okay. Boah, ich hab heute zu langsame Reaktionen. Ich hör sie. Sie hört schon wieder einen Jason. Ja. Komm, ich bin hier. Ich bin hier zu reden, wo wir gerade waren. Ich seh ihn zu. Scheiße. Oh, sie hat einen Jason. Ich kann nur schweißen, aber das kann ich nicht, weil ich bin scheiße. Oh, da mag jemand, das hieß ja nicht. Die wirbt nämlich einmal quer über die Karte. Vielleicht ist doch nicht, wenn ihr so ein Ding auf euch zu pflückt, dass wir einscheißen. Ist sie immer bei dir? Nein. Ja, doch, jetzt ist sie wieder da. Ja, jetzt ist sie weg. Ich hör sie. Achtung, später. Ich bin schnell, ich bin schnell, ich bin gleich da. Oh, steht man nicht weg. Ich bin gleich da und dann ist doch noch ein Rumbick. Heil mich, komm, heil mich. Ich glaube, das kann auch in den Tosen gehen. Da kommt bestimmt wieder Leertaste. Wo kommt dann nicht die Leertaste? Außer beim Türöffchen. Machen wir gleich den Generator weiter, wo wir da vor uns gesehen haben. Auf geht's. Ja. Ich hasse das. Wenigstens zerstört sie es nicht. Doch, du tust mir damit weh. Hm? Du tust mir damit weh. Mit was? Wenn du dich versaust. Nein, nein, ich sag, die zerstört die Generator nicht. Ich hasse es. Sie hat mich, sie hängt mich. Sie schießt sogar durch Wände durch mit dem Dingern. Teilweise. Jopp. Da ist gerade ein Ochst hergeflogen. Sie kommt bestimmt auf uns zu, oder? Ich brauche Hilfe. Ja. Ich höre sie mir näher kommen. Ich auch. Ich schau mal, dass sie zu dir kommen. Ah, ich hab auch immer wieder gesacken, ne? Äh, ich hör sie bloß schon. Fuck, ich hör die auch, die ganze Zeit, aber ich weiß nicht wo. Äh, ich lauf, ich lauf durch, ich lauf durch, ich lauf durch. Schmink kein G-G nur. Ich bin halt am anderen Ende der Map, ne? Ich bin gleich da. Ja, sieg es. Oh, leck. Die ist bei mir, rette. Bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Ich muss durchs Fenster. Die lässt mich liegen, lässt mich liegen. Lauf. Kehrt um. Hat mich. Hängt mich an den Selbmhaken hin. Lauft weg, die kommt zu euch. Aus, sie kommt. Oh. Die ist bei euch. Ich hab's gesehen. Gleich da her hinten. Wow. Na, ich hasse die, Tussi. Schminker, warum sagst du eigentlich nicht, ob die bei dir ist oder nicht? Du lässt dich hinhängen und sagst kein G-G. Ich höre die nicht, wenn ich am Haken hänge. Oh, ich. Jetzt singt sie bei mir. Sie hat mich. Lauf. Ach, da kommen ja schon wieder die Bösen Haken. Ich höre sie noch singen. Ich höre sie auch singen. Ich bin oben auf dem Treib. Aber sie ist genau bei mir. Aber ich dachte jetzt... Die ist wieder... Fängt dir jetzt das Campen an? Oh. Lauf los, weil die hat hergeworfen. Minka? Ja? Lauf stehen. Schlechte Idee, die kommt. Wann bist du wieder verletzt? Ah, nee, dich hab ich nicht gehalten. Die kommt von links. Die, die, die möchte ja auf den Korb. Ja, ich bin hinten. Noch ein verfickten Generator. Die ist gut. Ja. Ist in der Hütte da da ein Generator drin? Nee. Ach, du bist da verletzt. Ich höre sie singen. Ich höre sie. Sie hört mich. Okay. Ich mache mal ein bisschen Lärm, gell? Was? Lass dich erst peilen. Schein. Ja, wenn ich keinen von euch sehe, dann kann ich mich auch nicht heilen lassen. Warte. Ich bin gerade von mirisch und kregen. Ich bin früher gerade. Von dem Kleinen Haus. Warte. Okay, ich höre sie. Ich seh sie. Ich weiß nicht, wo ich noch einen Generator fixen kann. Ich weiß, wo noch Generatoren sind. Scheiße. Die ist in dem Haus. Warte, ich zeige dir einen Generator. Die hat mich gesehen, glaube ich. Im Schrank. Jetzt ist sie durchge... Ja, sie hat mich wieder... Die hat mich aber gar nicht gesehen. Die ist auf Verdacht zum Schrank hin. Warte, komm, 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 komm. Ich bin tot. Ah, da hinten ist der Generator. Hier ist der Generator. Sie kommt. Nur so nebenbei. Ach, komm, sie ist da. Und hier in dem Labyrinth ist auch nochmal ein Generator drin. Lauf, Mann! Bleib einfach stehen! Lauf, Mann! Bleib einfach stehen! Habt ihr dir jetzt Lüngel aus... Nein. Äh, äh. Gart nicht. Ist er tot? Auch tot. Was ist er? Er hat auf jeden Fall entschieden, weil er hat mich durchs Haus erwischt. Da war kein Fenster an mir. Wie kann die das wissen? Ja. Woher wollen die das wissen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich brauche mal einen Generator. Oh, der ist schon repariert. Da hinten in der... Der in der Scheune ist nicht repariert. Das ist der Einzige, der nicht ist. Oh, fuck. Okay, Jason hat's erwischt. Gute Klappe. Die Luke. Die Luke. Ich finde die Luke aber nicht. Lass dir die jetzt zerlingen. Die Luke ist meistens zwischen so Bretter hier irgendwo am Boden. Da hab ich sie ja letztens gefunden. Hä? Die wirft Edzer von irgendwo auf mich. Ja. Ah, ich hab die Luke. Da ist sie! Krass. Hey, das kann nicht sein. Die hat die aufgehängt. Und die hat mich gar nicht sehen können. Die hat durch die ganzen Bretter durchgeworfen. Da sind die schon in einer Klatsche. Die Auren von allen Überlebenden, die heilen oder geheilt werden, werden dir angezeigt, wenn sie sich im 28 Metern Umkreis befinden. Aber ich war ja mehr weit, ist es noch weiter weg von der. Nachdem du einen Überlebenden festgehakt hast, siehst du die Auren aller anderen Überlebenden für vier Sekunden, wenn sie weiter als 40 Meter vom Haken entfernt sind. Das ist die nächste, warum ich das wusste. Okay, aber du kannst da mit der Achs gar nicht so weit werfen. Ja, durchs, durch die ganzen Gebäude, also. Also, wenn ihr euch sehen konnt, nachdem ich abgehängt worden ist, hat sie also so wirklich ist ja. Ja, das schon, aber dass man mit der Achs überall durchwerfen kann. Du weißt, vielleicht geht's das wirklich. Ach, die hat er da was. Vielleicht geht das wirklich. Ich meine, das Spiel ist nicht wirklich selber programmiert. Naja, geht's. So, ich schalte schon mal auf die Rettung, aber lasse mir dabei einen Kaffee herunter. Und so, ja, dann bin ich auch schon aufbereit. Und will dabei noch was auf. Alter, ist die krass drauf. Ab nochmal. Na ja, wenigstens kein Hack gewesen. Hä? Ich hab gesagt, wenigstens kein Hack gewesen. Kein Hacker. Die hat direkt, weil die hat mich durchs Haus erwischt. Kein Fenster. Bei mir war es ja so, sie hat mich nicht gesehen. Vielleicht sind die, vielleicht ist das so schlecht programmiert, dass du wirklich durch Häuser herfen kannst. Nee, ich hab doch auch die Axt gehabt und das hießt ja nun alles. Bei mir ist die nicht weit geflogen, die Axt. Versteht. Aber gar nicht weit, weil man sich das Video anschaut, wie ich den Hasen gespielt hab, oder wie wir schon mal den anderen Hasen gehabt haben. Nee, 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 ich mach ja... Ja, das ist egal. Ja, aber ich mach ja, wie ich den Hasen gespielt hab, das war nicht einfach mit der Axt und du musstest schon in der Nähe sein. Gut, ich hatte halt, ich hatte halt nicht so eine Goldachs, so wie die jetzt gehabt hat, sondern diese standard vorgegebene Axt da. Aber wenn man... Ja, das ist schon, aber das... Ja, die Waffen sind nur Skins, die haben keine Fähigkeiten. Ja, aber bei mir war die nicht so, ich konnte die nicht so weit werfen, das ging nicht. Höchstens im Spiel so sechs Meter, aber nicht weiter, nicht so weit, wie die geworfen hat. Und ich konnte nicht durch Wände. Und wenn ich die... Und ich musste mir dann immer auch eine andere Axt holen. Also bei mir ging das nicht mit dem Haus. Deswegen habe ich mich jetzt gewundert, dass die so kreis war. Was mich gewundert hat, wegen dem Schrank, ich war ja... Ich habe sie von Weitem gesehen, ihren Rücken, und ich habe mich dann in den Schrank gleich rein, und die ist halt zieht genau auf mich drauf, also direkt zum Schrank hingelaufen. So kam es mir jedenfalls vor. Oder ich stehe wirklich unter zu vielen Magentabletten. Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Und eins ist nicht aufgedeckt worden, schade. Aber heute sind wir ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, eigentlich schon. Aber der Killer, der war nicht schlecht, wenn er nicht gecheatert hat. Ja, das weiß man halt eben nicht. Aber wenn wir Killer sind, nehme ich dann wieder den Hasen und schaue, was ich da anstellen kann mit dem Kaninchen. Weil, ich denke, wir müssen es da das ersetzen, wo der Exsatz gehabt hat. Das habe ich mir jetzt nicht alles gemerkt. Aber schon klar, wenn der uns vom Haken aus, wenn er aber reinfängt und auszückt, wenn er das Spiel, wie der Jason Munt nicht richtig programmiert ist. Ja, stimmt schon. Gut möglich, man weiß es nicht. Spekulationen über Spekulationen und bald gibt es wieder ein Spekulatius überall. Ja, ich sehe bald wieder Zeit dafür. Wir haben es schon im August. Ja, wenn das Video online kommt, ist August schon vorbei. Ich habe ja für das ganze Jahr die Videos vorgeplant schon. Ah ja. Zwei Videos am Tag. Und wie viel machst du? Ich mache alles mit euch. Und mit wem machst du das? Mit euch. Okay. Davon ist der Generator. Ein trockenes mit euch. Guten Tag, Glühwürmchen. Tun gar. Ich höre was? Ich höre es. Es läuft zu einem Generator und es ist die Legion. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Und die Legioner sind sehr super, danke. Ja, und du erinnst zu mir, ich glaube hin. Hallo, ich habe voll geil umgedreht. Ich habe voll geil umgedreht. Ja. Bin auch stolz auf mich, obwohl ich im Kreis gelaufen bin. Jetzt sind wir von mir her, oder was? Ich bin verletzt. Ja. Tante, komm her. Ja. Hey. Ich höre dich. Ich habe was. Warte, warte, warte. Ja, warte, warte, warte. Was ist wichtiger? Heilung oder dieser scheiß Totem? Tante lässt alle warten, nur damit er sich tausend Punkte schnurren kann. Das Viech ist einfach an mir vorbeigerannt. Während ich den Generator eiskalt weiter repariert habe. Ich werde nicht mehr. Ja, das war's. Tante, du hast dich versaut. Weil du um mir einen Bums-Totem reparieren musstest. Ich bin entkommen. Da hast du einen Generator. Okay, die Generator nüßt. Ich bin gerade an einem. Sind er mir? Kämmt sie bei dir? Nee. Nee, nee. Sie läuft jetzt bestimmt Generator. Kannst du mich holen? Äh. Jetzt kann ich dich holen. Ich folge demjenigen, der kann weglaufen. Ich bin nicht weglaufen. Ich hab nur... Ich hab nur das Herzerl gebrochen. Scheiße, Entschuldigung für den Piks. Alles gut. Ah, ich seh ihn beim Bus. Ich hab's gleich. Dankeschön. Nichts zu danken, ich weiß ja selber immer gerettet. Der Generator ist repariert der Erste. Die da hinten hab ich schon eingemacht. Da läuft ein eiskalt an mir vorbei. Ich glaub's nicht. Der oder das oder die. Ist ein Wumpe. Lalalala. Lalalala. Was? Hört sich an, als ob er dich verfolgt. Und zu verarschten wieder. Der hasst dich jetzt schon. Das glaub ich auch, Tim. Hey, wer läuft denn da an der Mauer entlang? Soll man den Namen zensieren, der gerade rausgeschissen wurde, ja? Ich will doch grad hin. Nur so eine Frage für den Schnitt. Ah, fuck. Oh. Oh Gott. Er hat mich. Ah, ich seh dich doch. Yeah, he really got me going. He really got me too. And he's gone. Wohin? Ich komm mit. Ich brauch die Punkte. Perfekt, ich brauch die Punkte. Dem sind nur seine scheiß Punkte wichtig. Ich wart doch nicht. Ah, ja, kommt zu mir. Halt mich jetzt. Beste Frau. So übe ich gleich einmal. Das ist da so dran. Komm, Schmick, laufen. So wieder. Run away, run away. Wohin denn? Wohin denn? Nein, Schmink, wir müssen den Generator nicht fertig bekommen. Hast du schon recht? Okay, ich bin weg. Verzeihung. Das war geschenkt, Schminker. Geschenkt. Ja, tut mir leid. Okay, ich bin schon bei ihm. Ich bin schon bei ihm. Lass mich runter. Lass mich runter. Der Generator ist fast fertig, Mann. Ja, mein Generator war erst mal fertig. Er rennt in eure Richtung. Stopp. In eure Richtung heißt es? Ja, in das Pünktchen da. Ich weiß halt nicht, wer wer ist. Ich bin einzeln. Gut, dann ist er nicht mehr bei dir. Ich bin derjenige, der jetzt gerade zu schminkern. Ja, dann bist du das, was ich gemeint habe. Das ist halt so schwierig, wenn die Namen nicht dastehen. Wo ist sie denn? Ich stehe doch. Hör ihn. Oh, er ist hinter mir, ja. Nein, nicht hin, nicht hin. So, da, Generator weitermachen. Wo bist du auch da? Immer noch bei dem Generator, den du verkackt hast. Verzeihung. Fast fertig war. Verzeihung. Es ist nicht mein Glückstag heut. Bin nervös. Schön. Ich seh'n aber. Oh, er ist hinter mir hier. Das war eine Sackgasse. Ah, ich seh'n. Ich seh'n immer noch. Passt, wir haben's gleich. Ich hab' den hier zur Hälfte, wie ich bin. Ich häng'. Erlaubt zum, dem reparierten Generator. Nein, erlaubt zu mir. Und 70 Uhr Zeit? 90 Prozent. Er ist bei mir. Ja. Markus, da ist der Generator. Komm mit. Äh. Wer kommt er? Hallo. Wo ist er jetzt? Der Generator da ist, ne? Hier, bei dem Outdoor-Frags. Genau. Oh, da kommt er wieder. Sollte nicht die ganze Zeit zullen. Ah, Mann. Ich bin im Haus und liegt und häng' jetzt an das zweite Mal. Du hast ihn zu mir her gelacht. Entschuldigung. Er sieht uns. Ja, der kommt doch hierher. Da erlaubt. Die Jart. Ich bin in die Richtung, wo ich jetzt bin. Ich bin die Anrufe. 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 It took me, wunder? Weil der in der Druck angekürzt wurde auch gleich die Anrufe. Ich bin die Anrufe. Hände die Anrufe. Also, meine Wunden. Welche? Das Loch im Rücken wäre ganz nett. Okay. Fuck, Mann! Scheiße. Der Gnade ist fast fertig, wo ich bin. Okay, wir laufen zu dir, Pünktchen. Kommt da hergerannt, scheiße, der Bastard. Kriege, ich erhole mich. Wo jetzt da ein Richtung Tor steht, bitte mal zu mir kommen, der Köln. Wo bist du? Rechts runter, zu dem Bus. Er ist hinter mir, ja. Wo ist denn der Bus? So wieder mal. Falsche Seite, oder? Geradeaus runter, weiter, weiter, weiter. Hier. Ah, jetzt links, da wo der Haken ist. Jetzt hat er mich gleich... WAAA! Ich komme zu dir, Schmicker. Ja, ich habe mich liegen lassen. Ja, ne, weil er mich gesinnt hat... Ja, ne, weil er mich gesinnt hat... Das... Fick dich. Das habe ich, er steht beim Fenster. Ich bin noch nicht ganz so weit, aber gleich. Ich krabbel in die Richtigkeit, oder Schmicker, wo der Generator leuchtet. Warte, ich heilte gerade jemand, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich sehe dich. Wir kommen gleich der Jock und Jason hinterher. Scheiße. Jetzt muss ich bloß aufpassen, weil er hinläuft. Heiß gut, heiß gut. Ja, warte kurz. Letz'a. Oh, shit. Nein, ich muss weg. Uah. Ich muss leider weg. Nicht geil gelaufen. Ach. Warte, wer... Unser Schmicker, bleib stehen! Lauf, lauf! Ach, Schmicker, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Okay, ich bin bei einem halb reparierten Generator. Dann reparieren, ganz! Ich bin schon dabei. Ja, und bei der kleinen Hütte... Lauf! Es ging nicht anders. Mein Kampf. Gut, alles gut. Puh! Puh! Ach, komm, wir sind jetzt so gut gewesen und jetzt zum Schluss verkacken wir es, oder was? Ja, wegen mir. Lauf so aus. Sorry. Ich bin fast fertig reparierte Generatoren gewesen. Fuck, man! Bin gerade beim letzten Generator. Oh. Alle bis auf der Mar einmal abhängen. Ich bin da auch schon einmal kinkt, soll ich sagen. Geleck mich am Arsch! Es kotzt mich jetzt aber gewaltigst an. Zum Ende hin so blöd anstellen, ey. Ja, aber der läuft hinter mir her, ich kann. Wenn du mich kurz hochhebst, ist das alles gut. Und wenn du dich kurz hochhebst, ist der tot. Genau, kriecht zum Fenster. Ähm. Markus kommt dann zu mir, wenn du da hinten die ganze Zeit gejagt wirst. Ja, das hilft mir ja nichts. Ja, jetzt hänge ich auf dem Generator fest. Ja, geleck mich am Arsch! Ja, wie soll ich den da abhängen? Du weißt ganz genau, dass der Kille... Ja, das ganze Match war jetzt scheiße zum Schluss hin. Wie Deppen haben wir uns angestellt. Ah, da ist die Luke. Hey, kriegt wer zu der Luke? Ja, genau. Kriegt wer zu der Luke. Die ist bis 100 Kilometer entfernt von mir. Ach so, ich hänge ja schon das zweite Mal. Da ist die Luke, kriegt wer zu der Luke. Danke für die Koordinaten, Markus. Äh, da wo ich hänge? Vielleicht hast du Glück. Ich bin weg. Äh. Das Glück, der Markus zappelt noch die ganze Zeit und vielleicht hast Glück. Ja, ich probier's. Aber, äh... Oh, ich weiß doch, wo die Luke ist. Die ist eh nicht weit weg. Ja, wo du in die richtige Richtung warst. Das wäre dann vielleicht noch 20 Meter gewesen. Hinter dem Generator. Oh, ey, Wahnsinn, ey. Als würdest du das erste Spiel das erste Mal spielen, ey. Ich? Hallo? Ohne Richter. Sag mal Oli, der hat nicht gekämmt. Also... Ne, und am Schluss ist er voll abgekommen. Mindestens drei. Gar nichts ist er. Am Schluss sind wir voll scheißig geworden. Man muss ihn mal auf jeden Fall anwenden, dass er nicht gekämmt hat. Jop. Also... Also... Er hat nicht nachgeschlagen am Hagen. Also alles. Müsst du nicht mehr Punkte bekommen? Ja, ich hab bloß drei Speisdienste gekommen. Warum bloß drei Speisdienste gekommen? Ja. Also... ... Also... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020